Ja, hallo zusammen! Wir sind heute beim virtuellen Spektakulum mit einem echten Klassiker für euch da, nämlich mit unserer Modenschau, die wir eigentlich seit Jahren dort auf der Bühne live mit euch im Publikum machen. Und heute haben wir das Ganze für euch in die Virtualität verlegt. Genauer gesagt sind wir heute in einem ganz besonderen Stadtmaßort. Ihr könnt es nicht erkennen, aber das ist unser Kostüm- und Gewandungsfundus. Hier sind die ganzen Sachen untergebracht, mit denen unsere Schauspieler so ausgestattet sind. Und ich zeige euch heute mal unseren Ritter. Das ist absolut die beliebteste Rolle bei uns, vor allem bei der Modenschau. Und das ist natürlich der Klassiker, denn unser Ritter, der hat wirklich spannende Sachen an. Und wir werden uns dem Ganzen jetzt mal Schritt für Schritt nähern. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen knarzen. Das liegt daran, wir sind in einem historischen Gebäude und da ist eben auch der Holzfußboden entsprechend. Aber lasst euch davon mal nicht abhängen. Ja, unser Ritter hat eine ganze Menge Ausrüstung dabei. Das längste würde ich ihm direkt mal abnehmen. Wir halten es mal kurz in die Kamera, damit ich es überhaupt sehen kann. Er hat natürlich eine Lanze dabei. Also eine Turnierwaffe, aber eben auch eine Waffe, die man zum Pferde durchaus einsetzen kann. So eine Wand Ritter, die da auf einen zugeritten kommt mit solchen Lanzen, und das muss für die Feinde was ordentlich Bedrohliches gewesen sein. Aber wir fangen natürlich ab, was uns dagegen zu verteidigen, nämlich einen Schild. In dem Fall haben wir einen Tropfenschild. Der hat nämlich die Form, wenn man es umdreht, eines Regentropfens. Und das heißt, oben ist er schön breit, um mich dahinter zu verstecken. Und ich habe gleichzeitig aber eine gewisse Länge da ab und kann aber unten ihn beweglich halten, um mich davor zu schützen. Aber ich nehme es mal unserem Ritter kurz ab. Jetzt sehen wir schon ein bisschen näher, was unser Ritter so trägt. Ich würde mal sagen, den Helm, den nehmen wir mal als erstes ab. Ich darf mal ganz kurz die 6 Fuß unterschreiten, um diesen Riemen hier aufzumachen. Vorsicht. Wunderbar. Ihr seht, meine lieben Kollegen, den Philipp ein bisschen genauer. Und ich zeige euch auch mal diesen Helm. Das ist ein sogenannter Topfhelm. So genannt, weil er eben unten, wenn ich über oben, richtig flach ist und wie so ein Topf aussieht, den man heutzutage auf den Herd stellen könnte. Besonders viel sehen tut man mit diesem Helm nicht. Wir haben hier die Sichtschlitze und wir haben ein paar Löcher, damit man ein bisschen Luft bekommt. Aber so richtig angenehm zu tragen ist das Ganze nicht. Ich tue mich natürlich auch ein bisschen schwer zu sehen, wer ist mein Gegner, wer gehört zu mir. Deswegen ganz wichtig, bunte Farben, große Wappen auch auf dem Schild, damit erkennbar ist, wer gehört zu mir und wer vielleicht nicht. Drunter übrigens ganz wichtig, natürlich noch Polsterung und Kettenhaube. Weil wenn das Ganze einfach nur so auf dem Kopf aufsetzen würde, dann würde es bei jedem Schlag ordentlich hier drunter scheppern. Vielen Dank. Wir kennen den Ritter ja ganz klassisch als den Mann in der Dose, aber drunter war immer zu allen Zeiten immer noch jede Menge Kettenrüstung. Und zwar sind es ganz viele kleine Kettenglieder, die ineinander verwoben sind. Das war eine Sauarbeit vom Schmied, das per Hand zu machen. Das ist eine sogenannte Brünne, das ist die Haube. Aber ihr seht schon, der Ritter hat auch die Handschuhe dazu an. Solche trägt heutzutage zum Beispiel noch der Metzger, der sich nicht schneiden möchte. Also die sehen im Prinzip so ähnlich aus und das haben die Ritter im Mittelalter schon erfunden. So, jetzt lassen wir ihm noch kurz die Polsterungshaube abnehmen, damit man, wunderbar, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr, dass da tatsächlich ein Mensch drunter steckt. Ja, unser Ritter ist ausgerüstet für kalte Tage. Einen Mantel braucht er natürlich. Das ist das einfachste Kleidungsstück, was man im Mittelalter Männlein wie Bleiflein dabei hat. Aber er hat natürlich einen besonderen Mantel, nämlich einen Tasselmantel. Jetzt kommt man ein bisschen länger an die Kamera. Hier vorne sind diese beiden wunderschönen Tassel angebracht. Und unser Philipp macht es ganz richtig, ganz elegant. Zwei Finger hier ins Tasselband hineingelegt. Das ist, um zu zeigen, er ist einer von den Schicken, einer von den Vornehmen am Hofe. Da zeigt man, dass mir das zugehört, so heißzeitig. Aber wir haben hier jetzt nicht Winter. Ich würde sagen, wir nehmen es hier mal ab. Denn auf dem Schlachtfeld ist man natürlich deutlich beweglicher ohne Mantel. Jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr, was tatsächlich zur Kleidung des Ritters gehört. Und vor allem sehen wir die allerwichtigste Waffe. Die verbinden wir alle mit dem Ritter. Das ist das Schwert. Vielen Dank. Der Ritter zieht es mal für uns. Und zeigt uns mal, wie man es aufhält. Das ist nämlich so ein Einhänder an der Talbhänder. Mit einer Hand kann er es sehr gut halten. Aber der Knauf bietet durchaus noch Platz, um die zweite Hand mit dazu zu legen, wenn es denn mal sein muss. Das ist also nicht für ein Einhalbhände gedacht, sondern für eine oder auch mal zwei, wenn man die zweite Hand dazu braucht. Darf ich es auch kurz mal halten? Ein Schwert ist kein Messer. Das ist ganz wichtig. Also ich kann mich hier nicht schneiden, wenn ich es greife. Es war nicht scharf geschliffen wie ein Messer, sondern es ist eine Hiebwaffe. Es geht darum, zuzuhauen. Man kann schlimme Verletzungen in der Mitte wirken, aber es ist kein Messer, mit dem ich irgendwas schneide. Das merkt man natürlich auch daran. Wenn ich wirklich mal versuchen würde, auf dem Kettenhemd bringt das tatsächlich überhaupt nichts. Das ist der perfekte Schutz dagegen. Draufhauen sieht schon anders aus, aber schneiden kann ich damit nicht. Aber das ist die allerwichtigste Ritterwaffe. Ich würde aber trotzdem sagen, das Schwert nehmen wir mal ab, denn ich möchte euch ja eigentlich noch ein bisschen genauer die Kleidung zeigen, wie drunter ist. Wenn wir uns nicht so vom Schwert ablenken lassen, dann sehen wir tatsächlich auch mal, was er drunter steckt. Nämlich den Wappenrock. Zum einen ist er dazu da, dass das Kettenhemd und die Hütte nicht so heiß wird, sondern mit Stoff bedeckt. Das macht man vor allem in der Zeit der Kreuzzüge, da wenn den ganzen Tag die Sonne drauf scheint, dann erhitzt sich das. Dann ist das wie, wenn man in so ein Auto reinsteigt, was irgendwie bei 30 Grad zwei Stunden auf dem Parkplatz in der prallen Sonne stand. Und vor allem, unser Ritter kommt ja von Reiten. Er muss sich reiten können, deswegen, auch wenn er lang trägt, vorne und hinten ist geschlitzt, damit er sich auch bequem aufs Pferd setzen kann. In unserem Fall vorne eben auch das Wappentier drauf, damit erkennbar ist, dass es Ritter Philipp. Aber ich möchte euch gerne das Kettenhemd zeigen, deswegen ziehen wir das mal aus. Ich mache mal den Knappen. So wäre es auch beim echten Ritter gewesen. Anders ausziehen geht nicht. Jetzt sieht man tatsächlich auch dieses wunderschöne Kettenhemd. 15.000, 20.000, 25.000 Ringe waren keine Seltenheit. Dazu die Brünnen, dazu die Handschuhe. Auch Beinlinge aus Ketten und Schicks für die Füße kann man sich vorstellen. Der Vorteil ist, er ist super beweglich. Das Hemd schwiegt sich perfekt an, an jede Passform, solange man nicht allzu sehr zunimmt. Und obwohl es relativ viel Gewicht ist, ist es relativ angenehm zu tragen im Vergleich zu so einer Plattenbewusstung, wo vielleicht irgendwie mal was zwickt oder zwackt. Aber ihr seht, unser Ritter ist absolut einsatzbereit. Aber auch dieses Hemd kommt voll runter. Danke. Auch da gibt es Trick 17, wie ihr nehmt. Es geht nur vorne über. Wie schwer ist dieses Kettenhemd? 15 Kilo. 15 Kilo. Also da trägt man schon einiges mit sich rum. Und das ist ja nur das Kettenhemd. Ja, ein schönes Kettenhemd bringt nichts, wenn ich es direkt auf meinem Hemd tragen würde. Ich brauche drunter eine Kolsterung. Unser Philipp trägt hier einen ganz tollen Gambeson. Das ist nichts anderes als eine dicke, gesteppte, wattierte Weste. In dem Fall eben auch mit langen Ärmeln, damit er den Mund unten geschützt ist, damit er eine gewisse Knautschzone hat. Wenn tatsächlich doch mal ein Schwert seine Deckung durchbrechen sollte. Aber wir wollen ja wissen, was drunter ist. Das wird jetzt schon schwieriger zum Ausziehen. So, aber wir sind ja Profis bei der Stadtmacht. Wir schaffen es auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und jetzt kommen wir schon langsam in Freizeitkleidung. Also damit läuft man jetzt nicht auf dem Schlachtfeld rum. Aber da treffe ich den Jörg da durchaus mal im Lager beim Essen zum Beispiel. Ein ganz einfaches Hemd, damit er ein bisschen züchtig bedeckt ist. Wir wollen ja wissen, was drunter ist. Vielleicht lüftet das mal so ein bisschen, damit wir zumindest genau einen Blick auf die Hose werfen können. Genauer gesagt, die Beinlinie. Man sieht hier nämlich wunderbar, was das Mittelalter nämlich noch nicht kennt. Das ist die Hose wie heute, die in einem Stück genäht ist. Sondern es sind zwei Einzelteile, die nur mit einem Gürtel hier in der Mitte festgemacht werden. Oder mit der Schnur, mit einem Strickkorn, die man jetzt machen. In dem Fall sind es richtige Beinlinie aus Leder. Die bieten einfach nur mal ein bisschen einen besseren Schutz. Sind aus stabilerem Material. Dazu natürlich die Reitstiefel, damit man gut auf dem Pferd im Sattel sitzen kann. Und das, was da in weiß hervorblitzt, das ist die Bruche. Das ist im Prinzip die mittelalterliche Unterhose. Und wir wären natürlich nicht die Stadtmaß, wenn wir auch nicht da ganz genau nachschauen würden. Ja, wenn nämlich der Ritter mal tatsächlich, wenn es wirklich richtig warm wird, dann trägt man natürlich nur noch die Bruche. Entspricht im Prinzip einer modernen Boxer-Short. Und da ist es dann richtig, richtig luftig. Und es ist eines der wenigen Unterwäschenteile, über das wir aus dem Mittelalter tatsächlich relativ gut unterrichtet sind. Aber, da wir ja hier auch eine Kinder- und Familienveranstaltung sind, werden wir es damit mal gelassen. Und damit hoffe ich, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, in was der Ritter so drunter trägt. Und ich hoffe, ihr schaut euch weiter unsere Wunschau noch an. Ja, wie sieht es denn nun bei den Damen modisch so aus? Naja, ganz klar, lang. Wir zeigen kein Bein. Das gewöhnliche Kleid der Frau im Mittelalter, das nennt sich Kotte. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein langes Kleid, meistens auch mit langen Ärmeln oder halblangen Ärmeln zumindest. Und drunter wird immer ein Unterkleid getragen. Die Kotte ist also das grüne hier, ein wunderschönes Lindgrün, was man mit Pflanzenfarben gut machen konnte. Und drunter blitzt das ungefärbte, in dem Fall weiße Unterkleid hervor. Das ersetzt ein bisschen die Unterwäsche bei den Damen. Denn im Gegensatz zu den Herren, wo wir durchaus wissen, was sie drunter getragen haben, sieht das bei den Frauen schon schwieriger aus. Wir haben tatsächlich wenig bis keine Ahnung. Und lange Zeit sind die Forscher davon ausgegangen, dass Frauen im Mittelalter unter diesem Unterkleid gar nichts drunter getragen haben. Weil es einfach keinen Beweis dafür gab. Keine Bilder und vor allem ist auch im Museum nichts überliefert worden. Jetzt hat man vor gut zehn Jahren in Österreich in so einer Art Müllhalde aus dem Mittelalter ein paar BHs aus dem 15. Jahrhundert gefunden. Die sehen super modern aus, mit Spaghetti-Träger, mit Schnürungen an den Seiten. Und jetzt weiß man zumindest, dank der Materialuntersuchungen, dass es im 15. Jahrhundert den BH schon gab. Die Unterhose ist weiterhin ein Geheimnis. Wir können euch jetzt da leider nicht zeigen, was die Christine darunter trägt. Aber man sieht auf jeden Fall zumindest die Schuhe. Wir haben hier eine ganz einfache Form eines Schuhs. Ein ganz einfacher Buntschuh, im Prinzip ist es nichts anderes als Lederstreifen, die um den Fuß gewickelt worden sind. Das ist wirklich die Wintervariante. Im Sommer ist man wahrscheinlich meistens einfach barfuß gelaufen, auch um das Schuhwerk tatsächlich zu schonen. Aber wir haben uns hier mal für eine Wintervariante entschieden, weil unsere Christine trägt hier nämlich tatsächlich auch einen Mandel. Und vor allem ein ganz wichtiges Kleidungsstück, was im Mittelalter unverzichtbar ist. Da macht man nie was verkehrt. Männlein, Weiblein, die tragen das immer. Nämlich die sogenannte Google. Sie hat sie sich hier wie einen Schal um den Hals gewickelt, um möglichst viel Wärme zu erzeugen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als eine Kapuze zum Aufsetzen mit so einem kleinen Kragenansatz hier vorne. Und in dem Fall eine ganz lange Zipfelmütze hinten dran. Man könnte das auch obenrum festbinden, zum Beispiel, wenn es mal regnet und man nicht möchte, dass es einem vom Kopf geweht wird, zum Beispiel. So würde es also durchaus auch Wärme spenden und ist wirklich vielseitig einsetzbar. Hier in einer ganz einfachen braunen Variante. Aber ich würde sagen, wir nehmen es mal kurz ab, um zu sehen, was drunter ist. Denn natürlich erstmal ein ganz einfaches Kopftuch. Und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr einen Blick auf diesen Mandel, den unsere Dame hier trägt. Das ist nämlich die allereinfachste Form eines Mandels, könnte man sagen. Schon der Ötzi im ewigen Eis, der trägt einen sogenannten Radmantel. Das ist nichts anderes als ein kreisrundes Stück Stoff mit einem Loch für den Kopf. Das ist natürlich für die Hände so ein bisschen unpraktisch. Wir haben hier eine Variante, die schon ein bisschen fortschrittlicher ist. Wir haben nicht nur das Loch hier für den Kopf, sondern wir haben noch vier Schlitze. Und die machen das Ganze einfach ein bisschen praktischer, dass ich mit den Händen auch rauskomme. Und dass man diese Schlitze dann später zu Ärmeln zusammeln näht, das ist tatsächlich wirklich gar nicht mehr so weit weg. Also das sieht man richtig, wie sich die Kleidung auch entwickelt hat. Die Dame, die wir hier sehen, das ist eine ganz einfache. Die hat keine Zoffe, die ihr beim Ankleiden helfen kann. Das heißt, sie hat keine Schnürung oder so. Wenn sie Teilchen zeigen möchte, dann macht sie das mit dem Strick, mit dem Gürtel zum Beispiel. Und vor allem muss sie ja manchmal auch auf dem Feld zum Beispiel arbeiten. Da sind diese vielen Stoffschichten oft einmal im Weg. Da kann man es schürzen nach oben. Zum einen ist es aus dem Weg, zum anderen haben wir gleich so eine Tasche, wo man vielleicht das ein oder andere auch unterbringen kann. Und wenn ich jetzt auf dem Feld arbeite, dann brauche ich vielleicht auch was, was mir gegen die heiße Sonne hilft. Und da habe ich hier ein ganz besonderes Accessoire mitgebracht. Den Strohhut, den kennt man natürlich damals auch schon. Und auch wenn diese Dame sich ja mit Leuten immer gut braun gebrannt war, weil sie an der frischen Luft ihr Geld verdient hat. Zumindest hat sie vor den schlimmsten Sonnenstrahlen geschützt. Vielleicht drehst du dich auch nochmal für uns, hätten wir das Ensemble nochmal ganz bewundern können. Aber hier haben wir sozusagen den Basic Go-To-Look des Mittelalters für die einfache Dame. Der funktioniert eigentlich immer, kann man nichts verkehrt machen. Ja, wir machen weiter bei der Männermode. Dieses Mal sind wir weg von den Recken, von den Kämpfern und hin zum schicken Bürgertum oder auch zum Adel. Also wie zieht sich der schicke Höfling an, wenn er bei Hofi so richtig Eindruck schinden will? Ich bin vielleicht jemand, der sein Geld nicht mit dem Kämpfen verdient, sondern eher vielleicht viele Ländereien zu Hause hat. Und da bitte ich doch mal mein nächstes Model zu uns. Na da ist doch was ganz Schickes zu mir hier gekommen. Und das glänzt und glitzert schon so richtig, denn hier ist wirklich an nichts gespart worden. Das liegt natürlich an unserer tollen professionellen Beleuchtung hier. Was trägt unser Herr denn hier? Also die Herren tragen nach wie vor, im Prinzip wie beim Ritter auch, eine Kotte. Die heißt mittlerweile Kotardi und ist ein bisschen kürzer geworden. Denn die Herren zeigen ein bisschen Bein. Also gerade mit den schicken Stiefeln, das macht einen besonders schlanken Fuß. Und diese Hosen dürfen wirklich hauteng sein, dass man also wirklich die Muskeln auch richtig schön gesehen hat. Die Kotardin hier, die ist aus einem ganz tollen Goldbrokatstoff gemacht. Die schimmert richtig schön. Und nicht nur der teure Stoff zeigt natürlich, dass der Träger hier von vornehmem Stand ist, sondern auch die Accessoires dazu. Zum Beispiel die vielen Knöpfe. Knöpfe kennt man schon seit der Völkerwanderung, aber im Mittelalter, da werden sie wieder richtig modern. Und zwar werden auch vor allem sie an allen möglichen Stellen angebracht. Und sogar, wenn man hier sieht, viel, viel mehr, als es eigentlich bräuchte. Einfach, weil man es leisten kann. Und damit natürlich auch das Kleidungsstück zuschneiden kann. Wenn man Nähte machen kann, sodass es richtig gut ansetzt, dann kann ich es mir eben vorne mit den Knöpfen richtig schlank zumachen. Gleichzeitig soll aber eine gewisse Stoffwille da sein. Und das sieht man vor allem an den Ärmeln, die hier mit extra Stoff versehen sind. Die sind für den Träger an sich erstmal unpraktisch. Kann man sich richtig gut vorstellen. Da beim Essen räumt man ständig alles ab. Aber der Herr möchte natürlich auch zeigen, dass er sein Geld nicht mit seiner Handyarbeit verdient. Das macht überhaupt nichts, wenn das ein bisschen umständlicher ist. Er hat Dienstboten, die das für ihn tun. Besonders schön ist hier aber auch die Kopfbedeckung. Das ist eigentlich eine ganz einfache Google. Aber dieser Herr käme nicht im Traum mit drauf, die einfach ganz normal als Kapuze aufzusetzen, sondern ein Kleidungsstück ironisch zu tragen. Das ist keine Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern das kennt man auch im Mittelalter. Das heißt, er nimmt eigentlich die Gesichtsöffnung, krempelt die ein bisschen um und setzt sich das Ganze wie einen Hut auf. Chaperon ist der Name. Und dann geht es also darum, den Kragen möglichst skizzierten, kunstvollen Falten über die Schulter fallen zu lassen. Oder es eben auch möglichst schön hochzustecken mit Hilfe von Nadel zum Beispiel. Und zu einem richtigen Turban aufzutürmen. Was unser Philipp da macht, ist keine Übertreibung, sondern so darf man sich den schicken Edelmann tatsächlich vorstellen. Also vielleicht drehst du dich noch einmal zu uns, weil das ist wirklich ein ganz besonders krunkvolles Ensemble. Und man muss natürlich sich schon fragen, ob dieser Herr nicht vielleicht auch eher schon fast ein bisschen sündig in dieser Kleidung ist. Ob das nicht ein bisschen Hochmut vielleicht ist. Und deswegen sollte er natürlich immer dran denken, auch was Gutes zu tun. Er hat zum einen seine Geldbörse dabei, man muss ja vielleicht auch mal was bezahlen. Aber ich muss auch immer gewappnet sein, ich muss Almosen geben können. Ein zweiter Beutel ist am Gürtel ein Almosenbeutel, in dem lauter schönes Kleingeld drin ist, das richtig schön scheppert. Das heißt, wann immer mir ein Bedürftiger über den Weg läuft, kann ich auf jeden Fall sofort etwas Gutes für meinen Seelenheil tun. Und so vielleicht die ein oder andere Hochmut-Sünde ein bisschen ausgleichen. Vielen Dank! Ja, die Damenwelt wollen wir uns natürlich auch genauer anschauen und weil vor allem natürlich auch die vornehmen, die richtig schicken Damen. Und hier habe ich mir eine ganz besonders tolle Edeldame geholt, unsere Christine. Vielleicht eine Kaufmannsgattin, die sie hier zum Beispiel darstellt. Und da schauen wir uns doch mal an, was die Damen so tragen. Natürlich trägt die Dame im Mittelalter lang, selbstverständlich. Bein wird auf gar keinen Fall gezeigt, überhaupt relativ wenig Haut. Und deswegen gilt es natürlich einen langen, möglichst weiten Rock zu tragen. Viele Stofffalten, Stofffülle signalisiert einfach Reichtum. Ich kann mir den Stoff leisten, ich muss nicht auf jeden Quadratzentimeter schauen. Und deswegen werden vor allem auch viele Schichten übereinander getragen. Wir haben also eine Kotte. Das ist in dem Fall das, was hier drunter ist, aus blauem Samt. Genau, ganz drunter das Weiße ist das Unterkleid. Das kennen wir ja schon. Dann kommt drüber eine blaue Kotte. Das ist das, was mit den langen Ärmel hier auch rausschaut. Und dann oben drüber nochmal eine Überkotte. Man nennt das ein Zirko. Also nochmal ein extra Hängerchen sozusagen. Diese Kleidungsstücke sind alle sehr, sehr lang. So lang sogar, dass man ein Schleppen mit dabei hat, dass man sich beim Laufen sogar ein bisschen raffen musste und festhalten. Das machen wir für unsere Stadtmarschauspielerinnen nicht. Die sind draußen auf der Straße unterwegs. Die haben niemanden, der ihnen die Schleppe trägt. Deswegen kann man es hier eben ganz genau bodenlangen. Aber deswegen spitzt ab und zu auch mal das Schuhwerk hervor. Und zwar der wunderbare Schnabelschuh. Das machen wir jetzt mal ganz unzüchtig, dass wir uns das anschauen. Diese Schuhe, die haben vorne eine lange Spitze, die sogar ein bisschen nach oben gerollt ist. Und das hilft ein bisschen beim Gehen, die langen Röcke auch nach oben vom Fuß wegzustoßen sozusagen. Und diese Schnabelschuhe, die sind angeblich von Graf und Völko von Anjou erfunden worden. Der konnte angeblich gar nicht anders laufen als in solchen Schuhen. Und zu ihren höchsten Auswüchsen waren die Spitzen angeblich so lang, dass man sie sich bis ans Knie gebunden hat. Ob das jetzt stimmt, wissen wir nicht. Wir sind hier bei einer etwas zurückhaltenderen Variante mit einer kleinen, runden Spitze. Aber wir schauen mal kurz auf die Taille. Denn wo unten so Stofffälle ist, da wird es an der Taille jetzt richtig eng. Mit Nähten, mit Schlitzen, mit Knöpfen, mit Schnürungen bringt man das Kleidungsstück auf Taille, auf Figur. Und unser Sürko hat hier so richtig große, weite Ausschnitte, richtig weite Ärmel-Ausschnitte, um den Blick auf die schlanke Taille zu geben. Und diese Fenster, die nannte man Teufelsfenster. Die Kirche hat das hart kritisiert, weil man sozusagen einen viel zu tiefen Einblick auf die weiblichen Formen da bekommen hat. Unsere Christine trägt hier auch eine ganz tolle Ärmel-Variante. Wir sehen zum einen wieder viele Knöpfe. Knöpfe sind ein einfach ganz wichtiges Detail. Je mehr, desto besser. Und ihr kennt vielleicht so aus Bildern von Mittelalter-Kleidungsstücken, dass die Damen auch diese ganz langen Tütenärmel getragen haben, bis zum Boden runter. Wir sind hier schon eine Stufe weiter. Das Ganze wird nur noch ironisch angedeutet. Und zwar in Form von diesen langen Zatteln, die hier an den Ellenbogen angebracht sind. Also im Prinzip eine ironische Andeutung eines Ärmels. Auch das relativ unpraktisch tatsächlich in der täglichen Handhabung. Sind oft sicher im Weg gewesen. Aber auch diese Dame hat es ja nicht nötig, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Und falls irgendwo noch Zweifel ist, bei der Farbe, bei den tollen kleinen Stücken, hier haben wir natürlich auch noch kein Mädchenpelz vorne dran. Und jetzt erkennen wir auf den ersten Blick auch noch eine andere Sache. Das ist eine verheiratete Dame. Die ist nicht mehr auf dem Heiratsmarkt zu haben. Und das seht ihr daran, dass sie nicht wie ich die Haare offen und sichtbar trägt, sondern die sind bedeckt. Vom echten Haar ist nichts zu sehen. Ein kostbares Gewände wird oben getragen. Ein zarter Schleier. In dem Fall mit einem besonders schicken Kranz. Sozusagen man unterfüttert, das im Ganzen auch noch mal ein bisschen Volumen gibt. Also hier haben wir so eine richtig, richtig schicke Vornehmungskarten. Wir kaufen uns Gatten. Vielleicht drehst du dich noch einmal für uns. Weil das ist wirklich ein ganz besonders schickes Ensemble.